Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer Karyan, und so gut wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder ein Meinungsvideo von mir, nämlich zu Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Ja, wie schon gesagt, so ähnlich wie jedes Jahr ist es, und tatsächlich genauso wie letztes Jahr, ist es dieses Jahr ein Podcast, das heißt keine Bilder, kein gar nichts, wirklich nur meine Stimme, die ihr hier im Hintergrund hört. Deswegen macht euch das irgendwie an, wenn ihr gerade irgendwelche Steine sortiert oder gerade irgendwas am PC bearbeitet, könnt ihr das schön im Hintergrund laufen lassen. Wie auch immer ist das Ganze hier ohne Spoiler, natürlich ist das relativ schwer, da es, naja, im Prinzip der letzte Teil der Trilogie ist. Das heißt, ihr solltet wirklich die Trailer zumindest gesehen haben, denn auf etwas werde ich darauf eingehen, aber nicht alles, ich habe selber nur den ersten Trailer gesehen. Wenn ihr aber gar keinen Plan habt von dem Film, beziehungsweise was darin vorgeht, solltet ihr am besten das hier ausschalten. Fangen wir an mit meiner Erwartung, mit was für einer Erwartung bin ich in das Kino gegangen. Meine einzige Erwartung an diesen Film war, dass er mich in irgendeiner Form zufrieden stellt, dass ich sagen kann, das ist ein schönes Ende für diese Trilogie. Wir hatten einen, meiner Meinung nach, starken siebten Teil, ein bisschen schwächeren achten Teil, und so war es für mich klar, dass das, sage ich mal, als Finale, dass der, ähnlich wie in einem Theater oder in der Oper, dass der halt wieder, sage ich mal, alles zusammenführt, dass alle Fäden oder beziehungsweise alle Linien auf einmal zusammentreffen, ähnlich wie es in Episode 3 oder in Episode 6 war, dass das dann ein würdiger Abschluss für diese Trilogie sein wird. Das war meine Erwartung. Fangen wir an mit den positiven Punkten. Ich bin mit einem gemischten Gefühl aus dem Kino gegangen, was aber teils positiv war, und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass, sage ich mal, unterschwellig mein Gefühl sagt, das war ein guter Film, dass das da gut gemacht war. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war die Story. Wenn man das jetzt wirklich runterbrechen würde auf einzelne Teile, würde man nie sagen, dass das jetzt irgendwie eine herausragende Story war, noch nie gegeben oder so. Sie war, sage ich mal, an sich als Star Wars Geschichte gut, und was für mich sehr wichtig war, sie hatte ein gutes Tempo. Ich hatte nicht einmal irgendwie das Gefühl, oh, jetzt wird es langsam langweilig, oder ich hole das Handy raus, um zu gucken, was für eine Uhrzeit wir überhaupt haben, sondern ich war wirklich durchgehend vom, ja, vom, sage ich mal, vom Material, was ich gesehen habe, gebannt, und das ist wirklich ein gutes Zeichen, da das Tempo einfach stimmt. Es gibt ruhige Momente, dann gibt es wieder schnellere Momente. Man ist wirklich die ganze Zeit mit den Augen auf der Leinwand, und ich würde sogar teilweise sagen, dass das Tempo mir ein bisschen zu schnell war, dass manche Szenen, sage ich mal, wirklich richtig, sage ich mal, durchgehustelt worden sind. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich das einfach gut, das hat einfach gepasst. Es gab viele Gänsehautmomente, die Leute, die den Film gesehen haben, die werden wissen, was ich wahrscheinlich meine, zum Beispiel die erste Szene, wo man Rey sieht, das sind einfach Momente, genau die machen halt eben Star Wars aus, da soll man da schauen und soll Gänsehaut dabei bekommen. Und davon gibt es einige dieser Momente in diesem Film. Manche, denkt man sich, die hat man schon in irgendeiner Form kommen sehen. Andere Sachen sind einfach komplett, sage ich mal, was Neues oder was anderes, und die sind einfach schön gemacht, das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich, das Wichtige ist, es gibt auch ernste und traurige Momente. Es werden, ohne jetzt natürlich zu spoilern, gibt es auch Tod natürlich. Heißt ja nicht umsonst Star Wars, es ist ein Krieg, es werden halt auch Leute sterben. Und deswegen, es gibt halt auch wirklich Momente, wo man miteinander leiden, beziehungsweise miteinander trauern kann. Das finde ich auch gut in diesem Film eingesetzt, dass es realistisch gehalten ist, meine Meinung nach, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wurde meine Meinung nach, sage ich mal, gut und konsequent durchgezogen. Es gibt auch in dem Film an einigen Szenen eine sehr düstere Stimmung und das finde ich auch wirklich schön, dass sie das mit eingebracht haben, dass dieser Konflikt zwischen Gut und Böse nochmal verdeutlicht wird. Da gibt es wirklich Szenen, wo man sich denkt, wenn man den Film tagsüber schauen würde, würde man davon nichts sehen, weil die einfach so düster sind. Und die sind wirklich sehr gut gemacht. Und das bringt für mich auch wieder so eine Ernsthaftigkeit in das Spiel, beziehungsweise, ja, da hat man das Gefühl, dass man wirklich einen Film auch anschaut, der nicht nur für Kinder gemacht worden ist, sondern auch wirklich für ein erwachseneres Publikum. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich mag sowas einfach. Zur Machart an sich muss ich nicht sagen, also von den effektechnischen Seiten ist es natürlich wieder perfekt gemacht, also wirklich die Effekte sehen realistisch aus. Ob da irgendwas durch die Gegend schwebt oder irgendwas durch die Gegend fliegt, das ist wirklich wunderbar gemacht. Da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist so gut wie immer so bei den Filmen. Manche Figuren, finde ich gut, haben sich auch ein Stück weit weiterentwickelt, wo man gesehen hat, okay, die sind jetzt eine Veränderung durchgegangen oder haben eine Entscheidung, sage ich mal, getroffen und das finde ich auch gut. Da kommen wir jetzt aber auch gleich zu den negativen Punkten. Da gibt es einige Figuren, wo man dachte, okay, die würden sich vielleicht weiterentwickeln oder bei denen würde irgendwas, sage ich mal, mehr passieren, aber es ist nicht mehr passiert, beziehungsweise diesen Schritt sind sie nicht gegangen und das finde ich an sich halt ein bisschen traurig, beziehungsweise, wie gesagt, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gezogen. Bei manchen Figuren hat es geklappt, bei anderen eben nicht oder man hätte da einfach mehr erwartet, sage ich jetzt mal. Leider ist es so auf der Seite der negativen Punkte, es wirken manche Sachen eingeschoben. Regie, wenn ich mich richtig erinnere, hat J.J. Abrams geführt, da wirkt teilweise irgendwie so, als würden da Sachen mit, sage ich mal, reingenommen worden, einfach weil die noch gefehlt haben oder um noch ein bisschen mehr Spannung aufzubauen oder ich weiß es nicht, das wirkt irgendwie komisch, als hätte das bei den anderen vorherigen Filmen nie irgendwie eine Rolle gespielt und wurde jetzt einfach mit reingenommen, weil aus was weiß ich welchen Gründen, wie gesagt, die Leute, die den Film gesehen haben, die wissen, was ich meine, zum Beispiel unter anderem das mit dem Imperator. Man hört ja seine Stimme im Trailer, das ist jetzt kein Geheimnis, dass er, sage ich mal, in irgendeiner Form da vorkommt und was Leute auch, die den Film gesehen haben, wahrscheinlich wissen werden, was ich meine, ist mit Poe Dameron die Sache. Das finde ich halt ein bisschen komisch, das wirkt halt ein bisschen überladen oder, sage ich mal, mit einfach reingeschmissen. Eine Sache, die ich im Prinzip bei jedem der neueren Filme kritisiert habe, aber ich mache es halt immer wieder gerne, dass es teilweise zu viele witzige Momente gibt. Es gibt Momente, die, finde ich, an sich wieder, die passen oder die sind so kurzweilig, dass die, sage ich mal, den Film oder das Geschehen nicht ablenken und andere sind wieder so auf Krampf witzig gemacht, dass man sich denkt, das ist komplett unnötig, das zerstört eigentlich nur die ganze Stimmung in dieser Szene beziehungsweise in dem ganzen Film und deswegen, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich hoffe, die werden es irgendwann ändern beziehungsweise ich freue mich dann halt immer auf solche eigenen Filme wie Solo beziehungsweise Rogue One, wo das doch ein Stück weit weniger auftritt. Eine Sache, die ich ebenfalls schon bei den anderen Filmen kritisiert habe und anscheinend ist sie doch durchgezogen worden. Vielleicht kommt das nur mir so vor, aber meiner Meinung nach gibt es wirklich viele oder einige Déjà-vu-Momente, wo ich auch an Episode 6 denken musste. Ich glaube, ich hatte das auch schon gesagt bei einem Update-Video, dass ich dieses Gefühl habe, dass es wieder ein paar Ähnlichkeiten haben wird und es sind nicht viele Ähnlichkeiten, aber manche Sachen sind halt doch wieder so ähnlich, dass man sich denkt, ich schaue hier nichts Neues, sondern ich schaue hier etwas, das es schon gegeben hat. Wie gesagt, aber nicht schlimm, das ist nur ein kleinerer Kritikpunkt. Und als letzter negativer Punkt, um, sage ich mal, das Ganze abzuschließen, ist, dass ich das Gefühl habe, deswegen bin ich auch ein bisschen hin und her, dass bei mir im Kopf nicht alle Fragen beantwortet sind, dass ich jetzt ein bisschen noch im Internet lesen muss beziehungsweise recherchieren muss, warum manche Sachen in der Form passiert sind beziehungsweise was einige Sachen mit auf sich haben. Ich habe irgendwie so eine Lehre teilweise in mir und da bin ich mir noch nicht sicher, wie man damit umgehen kann, ob das, sage ich mal, mich komplett zufriedenstellen wird. Kommen wir zu meinem Fazit. Wie gesagt, ich bin teilweise positiver Meinung, teilweise negativer Meinung. Für mich habe ich mich jetzt so entschieden. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, euch anzuschauen. Ich werde mir aber irgendwann die Zeit nehmen, wenn alle drei Filme normal verfügbar und draußen sind, auf DVD, Blu-Ray, wie auch immer, werde ich mir alle drei Filme anschauen als Trilogie und dann wirklich sagen zu können, ob ich mit dem, sage ich mal, was die dort als Trilogie abgeliefert haben, die Sequel-Trilogie, ob ich damit zufrieden bin und wie ich das alles dann, sage ich mal, bewerte im, sage ich mal, als Trilogie und auch als einzelne Filme. Das heißt, ich werde dazu ein zusätzliches Video, wie gesagt, irgendwann in der Zukunft machen, wo ich dann auf die Sachen eingehe und dann auch wirklich mit Spoilern, damit ich auch wirklich auf die schönen beziehungsweise nicht so schönen Sachen eingehen kann, ohne dass ich jetzt ein Blatt vom Mund habe. Aber wie gesagt, ich empfehle euch, den Film auf jeden Fall zu schauen, nicht nur, sage ich mal, als Ende von der Trilogie, sondern meiner Meinung nach, weil er wirklich, ich würde fast sogar, zumindest in meinem aktuellen Gefühl sagen, so auf einer Ebene mit sieben und auf jeden Fall deutlich besser als Episode 8. Das ist für mich auf jeden Fall klar. Und wie gesagt, die ganzen genaueren Details werden wir irgendwann in einem anderen Video klären und das war es wirklich für meine erste Meinung beziehungsweise mein Meinungsvideo zu Episode 9. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ruhig in den Kommentaren eure Meinung da, ob euch der Film gefallen hat. Vielleicht kann man auch ein bisschen diskutieren über einige Szenen. Seid euch aber bewusst, dass wenn ihr in den Kommentaren lest, es dort Spoiler geben kann und wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt, wo ihr auf jeden Fall richtig fett spoilert, dann schreibt das am besten davor. Das wäre auf jeden Fall wirklich korrekt. Und ja, das war es für dieses Video und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.